Hallo Tischtennis-Helden, mein Name ist Enning Borsche, ich bin Tischtennis-Trainer aus Bonn und heute geht es um die Sommerpause. Welche Ziele habt ihr euch gesteckt? Tischtennis-Helden, conquer the table. Ich habe ja letztes Jahr schon einige Videos während der Sommerpause gemacht, wo ich nochmal die letzte Saison Revue passieren gelassen habe, wo ich einen Plan aufgestellt habe, wie die Sommerpause strukturiert werden kann in Sachen Training und dieses Jahr möchte ich gerne wieder einiges zur Sommerpause auch machen. Kann leider kein Fazit ziehen zur letzten Saison, weil ich ein oder zwei Spiele nur gemacht habe und dann pausiert habe, deswegen seid ihr dieses Mal gefragt in diesem Video. Ich würde gerne von euch wissen, welche drei Dinge haben bei euch in der letzten Saison nicht so gut geklappt? Das könnten zum einen sein, der Aufschlag kam nicht kurz, Rückkantschupf war nicht sicher, hohe Bälle, sind so viele drüber gegangen oder immer im fünften Satz verloren. Dass ihr diese drei Dinge als Kommentar hinschreibt und wir haben eine Mindmap vorbereitet. Da habe ich jetzt schon ein paar Einträge auch gemacht und ich werde diese Datei immer aktualisieren, jetzt mal für die nächsten zwei, drei Wochen lang und werde alles eintragen, was ihr in die Kommentare schreibt in diesen drei Punkten und möchte dann mal ein Fazit ziehen, was bei den meisten so letzte Saison schief gelaufen ist und wo man wirklich ansetzen kann und daraus aus diesen Top-Ergebnissen möchte ich ein paar Übungen vorstellen, ein paar Tipps geben noch und möchte euch damit auch wirklich mit einbeziehen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, welche drei Punkte bei euch verbesserungswürdig sind aus der letzten Saison heraus und dauert nicht lange, dauert vielleicht eine Minute und wäre halt schön, wenn möglichst viele mitmachen, weil dann ist es sehr authentisch, dann haben wir auch ein aussagekräftiges Ergebnis und ich würde das dann zusammenfassen. Also, ich freue mich auf eure Antworten, bin sehr gespannt drauf und freue mich auf weitere Videos, die ich dann dazu machen kann. Soweit erstmal, euer Nick. Ciao, ciao!